Na hallo zusammen, hier ist wieder heute Land und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir einmal finden können unter Erkunden und Dracheninseln. Und hier haben wir den Erfolg, uralte Steine des Azurblauen Gebirges. Und dafür müssen wir insgesamt fünf so Steinchen finden, die wir einmal anklicken können. Und dann, ja, können wir dann einen Text uns durchlesen oder auch nicht. Und die zählen dann einmal hier fürs Achievement. Und beim ersten von den Steinen bin ich schon. Einmal hier ganz unten auf den Koordinaten 745, Azurblauen Gebirge. Und dort habe ich hinter mir den Stein. Solider Fund schimpft sich der. Den klicken wir einmal an und dann haben wir hier den Text. Und damit ist schon mal eins von fünf abgehakt. Ich zeige es nochmal kurz. Also hier ganz unten bei dem Tusker Lager ist das in der Nähe. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir hier im Bunatas Segen. Und dort sind wir, naja, wer hätte es gedacht, hier in Imbu unten. Und zwar hier auf den Koordinaten 5670. Und dort in diesem kleinen abgetrennten Bereich haben wir dementsprechend hier in diesem Baum einfach den Stein liegen. Den klicken wir auch mal an. Und dann sind wir jetzt bei zwei von fünfen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir hier den Stein Achtung, umgehende Evakuierung. Und dieser befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 6661 direkt hier oben an der Klippe dran. Können wir jetzt mal anklicken. Also seht, hier haben wir diese Brücke. Und ja, dann sind wir bei drei von fünfen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, seht ihr, da haben wir da hinten den Stein der Schwur. Und dafür sind wir jetzt in so eine kleine Höhle rein. Ich bin hier auf den Koordinaten 6049. Und ja, da geht es einfach hier in die Höhle rein. Da haben wir dann auch so einen Named Mob, den wir für eine Quest brauchen. Den lassen wir jetzt aber da stehen. Klicken den Schwur an. Und damit haben wir dann nur noch einen Stein, den wir benötigen. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar haben wir jetzt hier den Stein Achtung von Vaktros. Und ja, wir sind auch in Vaktros. Und zwar hier ganz hinten auf den Koordinaten 7731. Und hier sind wir auf dem Turm drauf. Also dieses Gezeichnete ist jetzt ein bisschen anders. Aber wir sind wirklich hier ganz oben drauf. Ihr seht, hier auf dem Turm. Und dann haben wir hier dementsprechend die Tafel, die wir einmal einklicken können. Und damit haben wir auch das Achievement fertig. Jutsi, dann sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr bei wart. Wenn ihr die anderen Steinchen in den anderen Gebieten auch noch braucht, dazu habe ich auch schon Videos erstellt, könnt ihr selbstverständlich gerne reinschauen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.